Hergehört! Nighthaven-Waffen wurden gestohlen. Zielt auf alle mit unserer Ausrüstung und erledigt sie. Beladen! Los jetzt! Bist du taub, Soldat? Ich sagte los! Sorry, Carly. Aber du musst am Boden bleiben. Und auf wessen Befehl genau? Meinen. Mehr hast du nicht drauf? Verdammt! Ich hab ja Harder nicht getötet! Jemand hat Nighthaven-Waffen gestohlen und verkauft sie, was unsere Operation gefährdet. Das wissen wir. Aber das bedeutet nicht, dass du einen Krieg anfangen kannst. Das ist jetzt Rainbows-Operation. Dein Buttermesser wird nicht genug sein, Schätzchen. Du hast es mit lauten Waffen zu tun. Wir haben einen Druck dafür. Redhammer.